Hi Leute und herzlich willkommen zu Part 18 der Runaway Teen Challenge. Es ist jetzt früh am nächsten Morgen und ich habe den Vorschlag bekommen, dass ich Tommy Jones fragen soll, also dass Effie Tommy fragen soll, ob sie zusammen auf den Abschlussball gehen könnten. Und das sollten wir jetzt machen, weil er ja, glaube ich, um 8 Uhr in die Schule muss. Deshalb würde ich sagen, stehst du kurz auf, danach, oh, das Klo ist ja kaputt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Genau, dann stehst du kurz auf, jetzt Effie, das wäre sehr, sehr toll, wenn du jetzt dann aufstehen könntest und dann den guten Tommy hier, ähm, fragen könntest, ob ihr zusammen zum Abschlussball gehen wollt. Genau, du solltest ihn vielleicht davor verliebt umarmen, dann fragst du ihn nach Abschlussball bitten und dann küsst du ihn mal noch, gibst ihm aber einen schüchternen Kuss, wo ist der schüchterner Kuss? Hier, denn, ähm, sie hat ja jetzt, es ist ja nicht so, nein, du gehst jetzt, nein, nein, oh Mann, toll. Ja, dann, ähm, hat sich das wohl auch erledigt, dann werden wir das jetzt nicht tun, aber vielleicht werden wir es hoffentlich später schaffen. Ist denn der Tommy Jones irgendwo, arbeitet der? Ja, er arbeitet im Wellnessinstitut. Äh, wir können ihn aber heute noch fragen, weil, ja, der Abschlussball erst am Mittwoch ist. Das heißt, wir haben noch genügend Zeit und es wäre jetzt sehr schön, wenn du einfach nochmal schlafen gehen könntest und zwar, genau, bis 12.30 Uhr, nein, du sollst bis 12.30 Uhr schlafen. Der Schulbus kommt in einer Stunde, das ist total egal. Da habe ich es wohl nicht mehr rechtzeitig geschafft, ähm, die anderen aufzuwecken. Das ist natürlich doof, aber ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, ich werde der guten Snowflake ein Bettchen für hier drinnen kaufen, weil im Winter, da muss sie jetzt nicht unbedingt hier zwingend, ähm, in der Hundehütte draußen schlafen. Das ist ja irgendwie ein bisschen brutal, da friert die Arme, ja. Allerdings, jetzt geht das noch. Ich würde sagen, ich mache das mal schneller, bis die Effi hier ausgeschlafen ist. Oder nein, ich schneide das einfach raus und wir sehen uns dann wieder, wenn Effi aufgestanden ist. So, Effi ist jetzt gerade aufgewacht und zwar, ähm, eigentlich, weil ihr schlecht ist, wegen unbekannter Ursache, aber das ist jetzt irgendwie wieder verschwunden. Alles klar, das ist dann wohl doch egal. Ja, ihr ist natürlich schlecht, weil sie ja schwanger ist, aber das dürfen wir natürlich der armen, guten Effi nicht verraten. Ja, dann, ähm, will sie die Noten verbessern? Äh, nee, das machen wir nicht, sondern du hast danach hier, du entstopfst das Klo, dann zahlst du die Rechnung und schickst einen Liebesbrief an deinen, ja, dein romantisches Interesse hier. Liebesbrief schicken an Tommy Jones und dann können wir mal was spenden, und zwar für unterprivilegierte Lamas spenden. Sogar, ich würde mal sagen, wir spenden mal 250 Simoleons. Snowflake hat etwas Besonderes gefunden, also etwas Interessantes, und ja, ihr habe ich nämlich angewiesen, dass sie mal hier so ein paar Sachen ausbuddeln soll. Und ja, sie hat mal wieder, jetzt hat sie auch angefangen hier, der Postbotin hinterher zu jagen. Das finde ich super, super, super doof, weil dadurch wird auf Dauer jeder Hund, das war das, was ich im letzten Part gesagt habe, was ich so toll finde, was Snowflake nicht macht, macht sie jetzt. Das ist sehr, sehr, sehr ätzend. So, dann schickst du dir einen Liebesbrief und spendest dann das Geld, nee, du spendest erst das Geld und schickst dann einen Liebesbrief. Und dann gehst du hier mal Reste essen, und zwar den Gemüseburger, und dann kannst du mal noch dein Bett machen, obwohl, nee, Bett brauchst du nicht machen. So, dann wünschst du dir, ein Buch zu beenden. Ist hier zufälligerweise ein Schwangerschaftsbuch drin? Nein? Ah, Effie Sparks war großzügig und hat gespendet. Sie wird sich immer daran erinnern, wie ihr bei ihrer eigenen Großzügigkeit ganz warm ums Herz wurde. Wie schön, wie schön, wie schön. So, dann könnten wir mal kochen lernen. Das würde ich sagen, wäre doch eine ganz gute Idee. Snowflake hat einen Edelstein gefunden. Was hast du denn für einen Edelstein gefunden hier? Einen Fluorid. Das ist doch sogar ein sehr guter Edelstein. Du hast zwei von drei Teilen vom steinernen Hydranten gefunden. Zwei von drei Dinosaurier-Skelett-Teilen im Kleinformat. Okay, und ein Ahornblatt. Das ist jetzt nicht ganz so toll, aber ich hoffe ja immer noch, dass wir in dem Hundepark andere Hunde treffen können, damit wir uns hier sozial ein bisschen aufbessern können. Sozial ein bisschen engagieren. Ne, das ist glaube ich das falsche Wort. Und nochmal ein Fluorid. Mensch, das ist ja wahnsinnig hier. Dann hast du Hunger. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt vielleicht. Ähm, ich würde aber auch mal sagen, dass wir danach mal kurz schauen, dass wir Tommy Jones mal hier nach Hause einladen können. Ähm, der müsste ja hier auch eigentlich... Wo wohnt denn der? Johnson? Der heißt aber Jones. Jones, hier müsste er da wohnen. Da ist gerade natürlich niemand da. Ähm, ansonsten, wenn wir den jetzt nicht hier erreichen, dann würde ich sagen, bis wann geht die Schule? Bis 14 Uhr. Das heißt, der ist um 15 Uhr da. Wow, wir haben eine 6 in der Schule. Das wundert mich auch nicht, weil wir ja nicht hingehen, so. Ähm, das heißt, um 15 Uhr wird er daheim sein wahrscheinlich. Genau. Dann können wir ihn vielleicht... Naja, resetten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal geschwind hier hin. Zu dem Jones-Haushalt. Ähm, warum können wir hier nicht so hingehen? Ähm, hier hingehen. Und dann werde ich den Tommy Jones gerade resetten, dass wir den einfach... Ah, ne, da ist er ja schon. Perfekt. Dann würde ich sagen, werden wir hier einfach den Jones-Haushalt besuchen. Nein, 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 geh nicht. Ja, toll, jetzt geht der wieder. Wer bist du denn eigentlich? Ty Jones gibt's auch. Okay. Dann würde ich sagen, besuchen wir trotzdem den Jones-Haushalt und werden dann den Tommy, ähm, zum Abschlussball bitten. Genau, ich werde den dann einfach resetten. Dann hat sich das auch erledigt. So, und was machst du? Ah, hier, perfekt. Da ist sogar ein voller Hundenapf, ein voller Fressnapf. Ähm, das ist sehr schön. Vielleicht können wir dann ja auch... Hier, gibt's hier Hunde? Das wäre eigentlich ziemlich schön. We need a few dogs. Oh, hier ist jemand. Wer ist hier? Macarius Rodriguez. Den können wir ja einfach mal beschnüffeln. Ähm, du hast jetzt auch genug gefressen hier. Ähm, aber Hunde sind sonst keine hier. Das ist natürlich doof. Ähm, hat das jetzt funktioniert mit dem Besuchen? Oder sind die doch alle da? Bitte, Jones-Haushalt, Klingle. An der Tür. Ins Haus eingeladen werden. Perfekt. Dann würde ich sagen, resetten wir gleich den guten Tommy Jones. Oh, und sie ist wieder schüchtern. Oh. Die arme Effi. Du bist auch ein Teenager, ne? Äh, ja, er ist auch ein Teenager. Das ist schön. Das ist also der Bruder und wir werden gleich von ihm angeflirtet. Alles klar. Ähm, ja, das ist ja auch ganz normal hier. Würde ich sagen, hörst du mal auf, herumzurennen, Snowflake, sondern beschnüffelst den guten einfach nochmal. Der ist ja jetzt bestimmt noch da. Der Markarius. Ähm, freundlich. Dann werden wir ihn mal anbellen hier und mit ihm jagen spielen ist vielleicht keine so eine gute Idee, aber wir könnten uns ja mal von ihm bürsten lassen, so. Das dürfte dann auch, dass die soziale Fähigkeit ein wenig die Sozialbedürfnis, das Sozialbedürfnis ein wenig verbessern. Oh mein Gott. Ähm, ja, was ist das denn hier für ein interessantes Haus mit einem Bett hier unten? Und zwei, drei, vier, fünf. Aha, okay. Also für vier Kinder, ein Kleinkind und zwei Eltern. Okay, ähm, dann würde ich sagen, schaue ich mal schnell, wie da geschrieben wird. Tommy Jones. Reset. Sim. Tommy. Jones. Zack. Du bist hier. Perfekt. Das freut mich doch, Tommy. Da werden wir dich dann erstmal hier nach deinem Tag fragen. Dann werden wir natürlich gleich romantisch sein und Händchen halten mit dir und dann, ähm, einen schüchternen, nein, dann werden wir dich zum Abschlussball bitten und dir dann einen schüchternen Kuss geben. So, nein, oh Mann, Tommy, muss ich dich jetzt wieder resetten? Okay, ich werde dem jetzt einfach die Arbeit verhindern, dass der dann nicht wieder hingeht. So, ähm, NRAS, Master Controller. Hier müsste das doch sein. Karriere. Ähm. Job kündigen. Ja, Tommy Jones soll seinen Job kündigen. Und du bleibst jetzt hier. Ich resette dich einfach nochmal. So, du bleibst jetzt gefälligst hier. Du hast jetzt auch keinen Job mehr. Perfekt. So, dann werden wir dich jetzt hier. Ach so, er hat einen schlechten Tag gehabt, ne? Dann können wir ihn doch mal hier. Können wir ihn dann nicht. Ja, wir können ihn mal hier im Tag verschönern und sie ihn trösten. Warum komme ich jetzt auf sie? Keine Ahnung. Dann werden wir hier Händchen halten. Dich zum Abschlussball bitten. Und, ähm, dann schüchternen Kuss geben. Einen schüchternen Kuss geben. So. Wenn das jetzt nicht geht, dann raste ich aus. So. Ja, was ich noch sagen wollte, genau. Warum das vorgeschlagen wurde, war, weil, weil Kim, äh, Effie ja eigentlich gar nicht zur Schule geht. Deshalb kann sie ja sozusagen als unabhängige Schülerin auch an die, an den, zum Abschlussball gehen. Und deshalb kann sie da eben ruhig mitgehen. Und, ja, das dachte ich ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil beispielsweise bei Stranger Things, da, ähm, da, ich will jetzt nicht spoilern, aber da, da ist ja dann auch jemand da im Abschlussball, der nicht zu der Schule, in die Schule geht normalerweise. So, dann, ähm, scheint das wohl jetzt gerade hier zu funktionieren. Das ist schön. Dann, ähm, haben wir dich hier zum Abschlussball gebeten. Werden wir das, machen wir das gerade hier? Natürlich gehe ich mit, aber versprich mir, mich nicht zu blamieren. Wir werden es natürlich versuchen. Und ich würde sagen, dann werden wir jetzt hier mal, ähm, dich küssen. Und wir könnten sie eigentlich ihn, ähm, auch noch umarmen. Und dann werden wir jetzt, um uns sozusagen vorzubereiten darauf, werden wir jetzt sozusagen, das ist natürlich jetzt mehr eine Story-Idee, als, ähm, das Wirklichkeit ist, werden wir jetzt hier, wo ist denn jetzt das Kommissionslager? Hier. Da werden wir jetzt sozusagen hingehen. Und es wird jetzt wahrscheinlich schon leer sein. Also da wird jetzt niemand mehr dran stehen. Und wow, wir haben gerade insgesamt, wie viel? 1.500 Simoleons bekommen. Das ist natürlich Wahnsinn für die ganzen Verkäufe. Das wird jetzt zwar schon leer sein, aber offiziell, ähm, kauft sie sich hier in dem Buchladen. Gibt es vielleicht noch irgendwie ein anderes? Ähm, wie heißt das nochmal? So ein, so ein, so ein, so ein Laden, wo man gebrauchte Sachen eben kaufen kann. Da sucht sie sich dann ein hübsches Kleid raus und dann wird sie super schön. Und ich werde sie dann natürlich umstylen, dass das auch passt. So hier vielleicht gibt es hier noch sowas, weil nur einen gebrauchten Buchladen finde ich doof. Es wäre auch noch ein Second-Hand-Laden eigentlich ganz cool. Aber, naja, dann kauft sie sich da halt trotzdem was. Da gibt es auch Klamotten, sagen wir jetzt einfach mal, damit das ein bisschen, ja, realistischer ist. Gehst du jetzt mal bitte hier zu diesem... Oh Gott, wie heißt das? Ich habe vergessen, wie das heißt. So, dann werden wir hier mal einfach die Kasse durchsuchen. Ähm, ach so, das Kommissionslager. Genau, hier, das haben wir jetzt gemacht. Dann werden wir uns jetzt mal so ein bisschen hier hinstellen und schauen und überlegen, mhm, sollen wir hier so ein teures Kleid kaufen oder nicht? Und dann ist sie zu dem Entschluss gekommen, etwas zu kaufen. Und ja, dann wird sie ein hübsches Kleid für den Abschlussball haben. Ich bin mal gespannt, ähm, was es hier für Kleider gibt, die dann auch mit ihrer Schwangerschaft dazu passen. Und wahrscheinlich, jetzt hat sie ja genügend Geld, dann kann sie auch, ähm, wir können auch mal hier den Amethyst kaufen und den einfach schleifen. Und das Tiberium, oh nein, das Tiberium nicht, das ist, das ist wie, das ist extrem wie Cheaten, weil wenn man das ein paar Tage lang liegen lässt, dann wird das 30.000 Simoleons wert. Aber wir können mal hier noch die Jade und den Septeria kaufen. Und das Palladium noch, so, dann haben wir jetzt hier sozusagen, das sind jetzt einfach mal Klamotten und dann kriegt sie nämlich auch ganz neue Klamotten angezogen, die dann nicht mehr so abgeranzt und kaputt aussehen, sondern hier kannst du auch das Klo gehen schnell. Dann wird sie eben, ja, schicke Klamotten haben, aber wir können trotzdem mal hier noch schnell Mülltonnen tauchen gehen und dann da oben, hier oben, auch gleich duschen. So, und Snowflake, wie geht's dir? Sehr gut, allerdings Zerstörung fehlt. Dann würde ich sagen, du beobachtest gerade das Wildpferd. Ist hier irgendwo Hundespielzeug? Ne, sieht nicht so aus. Ah, doch hier. Dann kannst du hier mal, ähm, warum kannst du hier nichts rausnehmen? Na gut, ja, dann gehst du nach Hause, das ist gut, das wollte ich dir auch gerade schon vorschlagen und sie hat Flöhe, na toll. Dann, ähm, bekommst du ein Flohbad verpasst von Effie und du darfst dann auch auf Kauspielzeug herumkauen. Dann kann auch Effie dann, nachdem sie da das Mülltonnen tauchen gemacht hat, ähm, kann sie dann auch nach Hause gehen und nachdem sie geduscht hat und dann der Guten ein Flohbad verpassen. Hier, du möchtest mit, äh, mit Tommy Jones den Abschlussball besuchen. Das würde ich sagen, machen wir. Effie Sparks hat folgendes gefunden. Etepetete, also ein Sofa, das ist schön. Ähm, dann mache ich das mal eben schneller hier. Und das Duschen mache ich auch schneller. Sie hat noch ein Sofa gefunden. Meine Güte, wie viele Sofas brauchst du denn hier? So viele Sofas wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ja, dann gehst du jetzt ganz schnell duschen und dann nach Hause und dann wirst du Snowflake... Ähm, wo sind denn alle hin? Jedenfalls nicht hier. Was soll das denn heißen? Bist du jetzt gerade irgendwie... Ah ja, sie ist wahrscheinlich gerade bei einem Lokal gewesen. Ja, dann kommt sie hoffentlich schnell nach Hause und wird erst mal hier, ähm, sich Spielzeug holen. Das machst du mal bitte. Und du, du solltest auch schnell nach Hause gehen. Geduscht hast du dort, das ist perfekt. Vielleicht müsstest du jetzt ja auch langsam mal hier dann die Schwangerschaftsmeldung bekommen, oder? Nicht wahr? Dann würde ich sagen, kannst du hier mal schnell das Kochen Band 1 Buch lesen, bis Snowflake dann mal hier daheim ist. Und ja, Mensch, wo bist du denn jetzt? Oh Gott, na gut. Ich werde das so machen, dass ich Snowflake resette. Ähm, obwohl, nee, das werde ich nicht machen. Das ist ja wie Cheaten ein bisschen. Deshalb lasse ich das mal. Du bist hier am Kochen lernen. Das ist auch sehr schön. Das kannst du dann ja auch mal noch ein bisschen schneller machen hier. Ähm, ja, der Part ist auch schon ungefähr bei 20 Minuten. Ähm, Level, äh, Effi hat Level 2 der Kochenfähigkeit erreicht. Und, das Telefon klingelt, da gehen wir doch mal ran. Wer ist denn das, bitteschön? Wurden wir hier zu einer Party eingeladen? Oder, wie darf ich das verstehen? Charlie King möchte wissen, ob Effi an einer Verabredung interessiert ist. Weißt du was? Du hast uns abgesagt. Deshalb, nein, mach was du willst. Du kannst mal hier malen üben. Mit einem mittleren Bild. Dieser Idiot. Und, weißt du, erst absagen und jetzt dann mit freundlicher Frage kommen. Du, möchtest du mit einer Verabredung mit mir haben? Nein, Junge, nein. Ähm, dann haben wir hier noch... Was? Wir haben einen Mondstein? Wow, wir haben hier super viele Sachen. Da müssen wir unbedingt nochmal... Äh, es ist an der Zeit, sich in die Bot-Werkstatt zu begeben. Ähm, Tommy verdient jetzt 50 Simoleons. Nein, Junge, warum könnt ihr nicht einfach eine Arbeit... Ich... Na gut, dann kriegst du halt die Arbeit. Ist mir jetzt auch wurscht. Dann bleib halt Bot-Künstler. Das ist nämlich, glaube ich, aber gar nicht schlecht. Denn das ist, glaube ich, freiberuflich. Das heißt, da kann man... Ähm... Auch immer hat man Zeit für Verabredungen. Und ja, Mensch, oh Gott, die arme Snowflake. Da geht's super, super schlecht. So, dann hol dir jetzt schnell ein Spielzeug und spiel damit, denn... Ja, äh, ist nötig, was? Ähm, ich würde aber sagen... Ähm... Ich weiß gar nicht, wann ihr das Techtelmechtel hattet. Wann du also deine Schwangerschaftskleidung anziehen wirst. Und ich hoffe, dass man das ihr überhaupt ansehen kann. Weil ich hab mal in einem anderen Spiel die Schwangerschaftsmeldung gehabt. Da war der Sim dann einfach unsichtbar bis zum Kopf. Und nur der Kopf war noch sichtbar. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr doof. Deshalb hoffe ich mal, dass das nicht der Fall sein wird. Und ja, du hast jetzt deinen Malenwunsch erfüllt. Das ist sehr schön. Und du möchtest jetzt die Angelfähigkeit verbessern. Du möchtest aber auch wirklich sehr viele Fähigkeiten verbessern hier. Deshalb würde ich sagen, wirst du hier dann ein... Das Filet-Steak fertig. Reste essen davon. Und ja, ich frag mich, wann sie die Schwangerschaftsmeldung bekommt. In zwei Tagen haben wir Schneeflockentag. Oh nein! Ah ne, in zwei Tagen ist Donnerstag, glaube ich. Oder? Da müssen wir mal kurz schauen. Ja, Donnerstags ist der Schneeflockentag. Das ist in Ordnung soweit. Da kann ruhig der Schneeflockentag sein, weil ich dachte zuerst, das wäre vielleicht der Mittwoch. Ja, das stimmt. Wir haben Jade gekauft. Ich hatte es gerade irgendwie verwechselt mit... Ähm... Den kleinen Meteorstein können wir mal verkaufen hier. Ich hatte das gerade verwechselt mit dem Tiberium, weil ich dachte, das hätte ich jetzt nicht gekauft. Ach Mensch! Das hätte ich jetzt ja gerne gesehen hier mit dem Techtelmechtlium. Ob das dann wirklich funktioniert mit dem Herz. Das muss ich dann nochmal ausprobieren. Da muss ich den Charlie King nochmal einladen. Da sind auf jeden Fall schon mal Herzen drauf. Zumindest ein Herz ist da drauf. Und ich würde sagen, du hast jetzt hier genug gemalt. Wenn du schwanger wirst, dann werde ich das jetzt nicht mehr mit reinschneiden. Ah doch! Jetzt. Okay. Mal sehen. Was kriegst du denn für eine Kleidung jetzt? Das sieht bestimmt ganz schlimm aus. Ach nee, das geht sogar. Effie Sparks hat erfahren, dass sie schwanger ist. Sie kann es gar nicht erwarten, noch mehr Erinnerungen mit der neuen Familie zu sammeln, die sie gerade gründet. Und ja, da muss sie wohl dem guten Tommy Jones noch etwas erzählen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Outfit. Nur, dass das für den Winter nicht so ganz passt. Ich werde sie aber jetzt gleich mal umstylen hier mit dem... Ich werde ihr warme Schwangerschaftskleidung geben. Und für den Winter eben passend. Und ja, dann würde ich sagen, werde ich jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.